Wir starten, Maggie. X ist gleich, die Russen schmeißen die Bombe. Drucke X. Zurück zu 10. Ausführen. Die Russen schmeißen die Bombe. Scheiße, was ist los? Jemand hat sich ins Raketenabwehrsystem gehackt. Dann werfen sie ihn raus. Kappen sie das WLAN. Das ist keine WLAN-Verbindung. Das ist irgendeine uralte Technologie. Die Russen? Was soll das heißen? Scheiße, das gibt's doch nicht. Die Bombe? Was haben die denn vor? Dieselbe Zeit wird ständig wiederholt. Wie haben die das denn bloß hingekriegt? Sir, die Computer schalten um auf DEFCON 3. DEFCON 3? Das ist doch Wahnsinn. Ich werd verrückt.